Mein Name ist Berkan Erik. Ich arbeite bei der Stuttgart Netze als Zählermonteur. Der Arbeitsablauf bei uns läuft so ab, dass das Auftragszentrum die Aufträge bei uns in die Schütte legt. Jeder hat einen speziellen Fach, wo die Aufträge drin sind. Dann nehmen wir unsere Aufträge, gucken je nach Auftrag, was für Zähler wir brauchen. Dann steigen wir ins Auto und fahren los. Wenn wir dann beim Kunden angekommen sind, dann wird halt Stromzähler gewechselt oder die Störung behoben und am Ende hinterlassen wir den Kunden mit einem lächelnden Gesicht und gehen dann zum nächsten Auftrag. Also mein schönstes Moment war auf jeden Fall der Übergang von Ausbildung zum vollwertigen Mitarbeiter. Das war wiederum für mich so ein Gefühl, ich habe es geschafft. Ich bin endlich ein Teil vom Zählerservice, ein Teil von denjenigen, die Stuttgart unter Strom setzen. Nach der Ausbildung wird auch 100 Prozent garantiert, dass man übernommen wird, wenn man sich natürlich nicht blöd anstellt. Jetzt in der Zählerabteilung, wir haben sehr junges Personal. Deswegen hat es mir sehr leicht gefallen, mich in die Arbeitszeit zu integrieren. Das war auch ein Grund, warum ich dann bei der Abteilung Zählerservice geblieben bin. Was mir noch so gefällt, ist die Arbeitsatmosphäre. Da ist man locker miteinander, geht man locker miteinander um und das finde ich super.